Alexandre-Louis-Andrault-Conquet-Lang-Eron war ein General der Infanterie der russischen Armee französischer Herkunft. Leben 1768 trat Lang-Eron als Kadett in die französische Armee ein. Seinen ersten Kriegseinsatz absolvierte er zwischen 1782 und 1786 auf Saint-Domingue, um dort die Unabhängigkeitsbewegung zu bekämpfen. Unter dem Befehl von General Rothschembeau diente er während der nordamerikanischen Expedition. Dort wurde er auch wegen Tapferkeit ausgezeichnet und befördert. Lang-Eron kam im Rang eines Kolonnel Onzeken nach Frankreich zurück. Im Zuge der politischen Ereignisse der französischen Revolution emigrierte er 1789 nach Russland und trat dort in die Armee ein. Sein erster Einsatz in russischen Diensten war seine Teilnahme am russisch-schwedischen Krieg. Im russisch-österreichischen Türkenkrieg zeichnete er sich bei der Erstürmung der Stadt Ismail durch Tapferkeit und Können aus. Dafür ließ ihm Zarin Katharina II. einen Ehrendegen übersenden. Als Generalleutnant führte Lang-Eron in der Schlacht bei Austerlitz die zweite russische Kolonne gegen Frankreich. Von 1807 an war Lang-Eron am russisch-türkischen Krieg beteiligt und machte sich 1810 insbesondere um die Einnahme Silistras verdient. In dem Feldzug von 1812 zeichnete Lang-Eron sich wiederholt aus UA, auch durch die rege Fürsorge für seine Landsleute während des Rückzugs. In der zweiten Hälfte des Feldzugs von 1813 befehligte Lang-Eron unter Generalfeldmarschall Gebhardt Leberecht von Blücher ein russisches Gor. In der Schlacht an der Katzbach zwang er eine französische Division unter Befehl von General Pate zur Kapitulation. Auch in der Völkerschlacht bei Leipzig fort Lang-Eron mit Auszeichnung im Januar 1814 umschloss er die Festung Mainz rechtsrheinisch. Im Feldzug von 1814 erstürmte er am 30. März die Höhen des Montmartre 1815 befehligte er ein Chor von 35.000 Mann. Ohne jedoch ein Gefecht zu liefern, nach der Rückkehr nach Russland 1815 wurde er Gouverneur der Krim und 1822 Generalgouverneur von Neurussland. Lang-Eron führte 1829 als General der Infanterie ein Armeekorps gegen die Hohepforte und begab sich nach dem Frieden nach Petersburg, wo er 4. Juli 1831 an der Cholera starb.